Was braucht man denn eigentlich noch? Äh, innerer Kreis... Okay, dann... Kann man noch nichts machen. Kehr zu fern, fern, zurück. Wir brauchen noch die Wappen-Symbole und die Weg-eines-Zentlers-beschädigte Haarrasse. Okay. Haupttaler. Ich mache hier mal wieder zurück zu... ...den erhabenen Ebenen. Ähm, am besten... So... Ich gehe jetzt mit Beric wieder... Schoker... ...und mit dem älteren Bollen... So ist... Ich glaube, ich muss da gehen. So... 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 Es gibt Neuigkeiten, Sir. Schön. So... Das sind jetzt unsere Einheiten... So... Schön, dass jetzt mal Beric dabei ist. Können wir jetzt mal... Können wir jetzt mal... ...hier mal als Klaus-Shift machen. Zehn von 21... ... der Gion nochmal mal... ...bewelt sich und durch machen. Alles können wir machen können. So... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! So, wir haben ja bald noch einen Revisionspunkt. So viel Bööö. Okay. Geblitzelte Nachrichten. Falls du eintriffst, während dich die Vorräte besorgt, habe ich gewünschte Kräuter in den Rüst des Schelsens in der Nähe des Lakers versteckt. Wir fangen schon mal an zu köcheln. Wir sehen uns dann am Abend. Kann man nicht genießen? Fragezeichen? So. Wir können nicht, dass die Nummer zurückkommen werden. So. Nicht böse Inquisitor. Okay. Schuss. Ich bin Spender. Die Demons. Mö�! Okay! So, das hübische der Maki-Pierre. Das ist Teil eines größeren Sets. 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 Der Krieg ist vorbei. Doch nun sind die Toten lebendig. Aber eines ist lustig. Ich habe diese Untoten beobachtet und sie scheinen sich auf die Shem-Armeen zu konzentrieren. Als ob... Tja, warum sollte man Menschen nicht töten wollen, hm? Trotzdem, arme Narren. Wer seid ihr? Seid ihr ein Delisch-Elf? Natürlich. Ihr habt offenbar wenig Erfahrung mit dem Volk. Ja, wir sind Delisch. Wir lagern seit Wochen auf den Feldern westlich von hier. Der Krieg zwischen den Löwen hat die Passage durch das Dörfer Schwert und einige unserer Arabelle beschädigt. Falls ihr meinen Clan findet, bestellt Hüter Horn, dass ich die Jagd fortsetze und vielleicht eine sichere Route über die Ebenen finde. Ihr seid nett für einen Delisch. Ich habe gehört, die Delisch wären Fremden gegenüber distanziert und misstrauisch. Ihr scheint anders zu sein. Tja, sag das nicht dem Hüter. Ich liebe mein Volk, aber es hält an alten Wunden fest. Ich weiß nicht. Vielleicht wird es einfach Zeit zu... vergeben. Okay, das Dörf. Was ist das Dörf? So nennen wir diesen Ort. Das Dörf. Dörf Havaren. Okay. Gebt wohl. Ich muss gehen. Nur zu. Passt auf euch auf. Also für einen Elf ist ja wirklich freundlich. So, wir werden die Jung erhalten. So, machen wir das Rauheck. Oh. So, los. Ein Gewölfe kann ich auch noch nicht machen. Oh man, ich habe mich noch nicht gemacht. Ich hab hier noch was zu insammeln. Dann haben wir noch ein paar Wälder. Dann haben wir noch eine Fest zu machen. Ja, danke. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. So. 2 wieviel Punkte haben wir denn jetzt? 63 Punkte haben wir. Wir könnten eigentlich schon... Wir haben ja den Auftrag ja schon fertig oder haben wir... Nee, haben wir noch nicht. Wir müssen noch mal was von der Karte finden. Wir müssen noch mal was von der Karte finden. Wir müssen noch mal was mit einer Karte finden. Oh Die Elfenklüfen Schleierfeuer So So Die Elfenklüfen Die Rand der Talisman Wings des Zweifels Die Hütung des Herdfeuers Eine Eine Die 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 Was ist das? 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 Was ist das?